So, herzlich willkommen zu Luba gegen Abonnenten einmal mehr. Heute gegen den Basstipp 97. Er spielt mit Barcelona, also spiel ich hier mit Brasilien. Würde das gelbe Trikot nehmen, weil es einfach am geilsten aussieht. Und los geht's vorerst mal. Ich werde hier gleich mal ein bisschen was ändern, und zwar dieses Mal wirklich. Die Formation kann man so lassen. Lukas Leber müssen wir allerdings ersetzen durch Elias. Lukas kommt für Ganso. Fato, Robinho, Neymar, stimmt. David Luiz vielleicht noch, ich weiß es nicht. Wen haben wir in den Innenverteidigungen? Thiago Silva, und das passt Marcelo, Dani, Alves, Ramirez. Das ist alles akzeptabel, also los geht's. So, es steht ja derzeit 6 zu 1 für mich. Entschuldigt, falls das hier gerade ein bisschen halt in dem Zimmer. Vielleicht weiß ich es nicht, denn ich stelle hier gerade ein bisschen um. Und es sind einige Freiräume dadurch entstanden, weswegen es sein könnte, dass es ein bisschen anders klingt, als sonst sollte es im Normalfall nicht. Könnte aber dennoch vorkommen. Man weiß es ja nicht. So, jetzt geht's los. Ähm, ich bin endlich wieder zurück aus dem Urlaub. Hab ja seitdem schon zwei Videos hochgeladen jetzt. Also einmal Luba gegen Abonnenten, einmal World to Glory. Aber jetzt bin ich wirklich zurück hier. Ähm, ja, es war sehr schön in Hamburg, muss ich sagen. Es ist eine tolle Stadt. Bietet natürlich nicht ganz so viel, wie zum Beispiel London bietet. Da war ich nämlich im Jahr zuvor für ein paar Tage. Für, ich glaube, es war die gleiche Zeit ungefähr. Also drei Tage, die man wirklich dort hat. Und einen Tag, an dem man eben hinfliegt, andere, an dem man hin, also zurückfliegt. Das Problem mit dem Fliegen hatten wir bei Hamburg nicht, denn wir sind Auto gefahren, was von hier aus Süddeutschland, näher Stuttgart, relativ lange dauert. Mit Pausen etc. haben wir circa, ja, siebeneinhalb, acht Stunden gebraucht. War jetzt, ja, nichts Wildes. Ich meine, früher hätte ich mich das vermutlich extrem gestört. Warum war das jetzt ein Freistoß? Ich weiß es nicht. Aber mittlerweile, mein Gott, dann ist das halt so. Dann hat man mal eine lange Autofahrt. Das ist alles kein Problem. Und ja, es war wirklich schön am ersten Tag. Direkt sind wir halt so ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Ähm, ein bisschen, ja, die Läden angeschaut, so ein Zeug. Allgemein halt ein bisschen Überblick bekommen. Das war ein schöner Trick. Das war ein schöner Schuss, aber der geht zum Glück vorbei. Und ja, allgemein solche Sachen halt gemacht. Dann am Abend noch schön essen gegangen bei Schweinske, heißt das. Das gibt es in Hamburg enorm oft. Das ist unglaublich. Also, das habe ich zuvor noch nie gehört gehabt. Das gibt es in ganz Deutschland, außerhalb von Hamburg, glaube ich, auch nur fünf, sechs Mal. Und in Hamburg allein, habe ich immer gezählt, gibt es 32 davon. Und ja, das war echt gut. Hat relativ gut geschmeckt. Nette Bedienung, alles. War echt top. Ähm, den zweiten Tag, dann haben wir so ein bisschen, also am Vormittag, beziehungsweise, also, was ist halt Vormittag? Das war, ähm, ja, Mittag eigentlich, so um, wie viel Uhr war das? Bestimmt drei oder zwei, ich weiß es nicht. Zwei, drei sowas. Vielleicht auch noch eins, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall nicht ganz so früh, aber auch nicht ganz so spät. Haben wir uns dann so überlegt, ja, machen wir eine Stadttour, oder nicht Stadttour, sondern so eine Busfahrt halt, wo man ein bisschen rumfährt. Äh, ein Sprecher auch hier halt ein bisschen was über die Stadt erzählt. Was mach ich da eigentlich hier? Ich bin hier total unterlegen gerade, du. Komm jetzt. Und, ich kann noch eins sagen. Stadtfahrten und sowas sind was Schönes, aber nicht mit einem solchen Sprecher. Der Typ war sowas von inkompetent, ja! 1 zu 0 durch Alexandre Pato. 13. Minute. Ähm, das sind hier nicht mal 100%ige Chancenverwertung. Erste Chance, erstes Tor hier. Klasse Schuss. Guter Passt du vor. 1 zu 0. Denn, ja, man kann mal in ein paar schönen Punkten. Das war auch alles ganz gut. Aber der Sprecher, der das alles erzählt hat, war so verdammt nervig. Unglaublich. Also wirklich unglaublich, wie nervig dieser Typ war. Denn, äh, ja. Zum einen hat er permanent völlig monoton geredet. Klar, man, ich hätte jetzt auch nicht unbedingt eine ewige Motivierung für sowas. Ganz einfach, weil man Scheiß verdient, denke ich mal, in so einem Job. Und dazu hier immer das Gleiche sagen muss. Aber dennoch, es geht wenigstens ein bisschen, äh, ein bisschen, ein bisschen besser, ja. Weil er hat wirklich geredet von wegen, ähm, so, und jetzt sehen sie auf der rechten Seite. Also zum einen extrem monoton, aber zum anderen auch so nuschelnd noch. Man hat es kaum verstanden. Und die Witze, ey. Die Witze waren so schwach teilweise. Das war unglaublich. Da hat man wirklich gedacht, bitte, 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 sei einfach ruhig. Bitte. Da kann man Oliver Pocher, Mario Barth kann man da reden lassen. Die sind viel witziger. Gut, die sind wirklich witziger. Obwohl ich sie jetzt im echten Leben nicht wirklich gut finde. Als Comedian. Oh, das war eine gute Chance. Aber der hat einfach so Witze gebracht. Das war echt zum Heulen. Mir fällt immer noch einer ein. Da waren wir halt, ähm, wo waren wir da? In der Speicherstadt, glaube ich, oder irgendwo. Oder ein bisschen weiter, glaube ich, schon, hat er halt so gesagt. Ja, und, das ist jetzt viel zu gut betont. Ich möchte das ja originalgetreu nachmachen. Ja, und gleich sind wir an der höchsten Stelle Deutschlands. Dann war, eine Minute später ungefähr, standen wir auf so einer Brücke, so einer Eisenbahnbrücke, unter denen halt Schienen sind. Oder genau, er hat davor noch gesagt, ja, die höchste Stelle Deutschlands, äh, die höher auch als die Zugspitze ist. Ja. Dann standen wir auf der Brücke und er fängt so an. So, nun sind wir an der höchsten Stelle Deutschlands. Denn, wo kann man schon auf die Zugspitze spucken? Und wirklich jeder, ausnahmslos jeder, hat im Bus gedacht, einfach nur. Oh mein Gott. Und, meint ihr das ernst? Oder will der uns verarschen, indem er schlechte Witze reißt? Das war wirklich zu diesem Zeitpunkt nicht sicher. Als er dann aber weitergemacht hat, genauso schlechte Witze oder fast so schlechte Witze zu machen, ich meine, das zu unterbieten, das geht eigentlich nicht. Also ein bisschen besser waren die Witze danach, aber, äh, auch nicht viel. Und er hat einfach weiter und weiter und weiter gemacht damit. Und irgendwann war einem dann klar, der Typ hat einfach entweder einen ziemlichen scheiß Vertrag unterschrieben, weil er das sagen muss. Oder ist extrem unwitzig. Was auch immer es war, er war nervig. Die Stadtführung war, oder die Stadtfahrt war dennoch ganz schön. Ähm, man hat einiges gesehen. Konnte auch dann eben mal sagen, ja, da möchte ich vielleicht später nochmal hin. Ja, da möchte ich später nicht mehr hin. So in dem Stil. Und ja, das war echt okay. Oder haben wir das schon am ersten Tag gemacht? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ich glaube, das war der zweite. Nein, das war der erste. Quatsch, das war der erste. Am zweiten Tag nämlich sind wir dann, ähm, morgens, weil man da, wir haben auch direkt einen Bus dann so, so, rund, also Hafenrundfahrt-Tickets gekauft, dass man eben mit seinem Boot, mit so einem Boot rumfahren kann. Nein, das war der dritte Tag. Boah, bin ich behindert? Ich habe keine Ahnung gerade, ich habe gesagt, was wir gemacht haben. Ne, genau, am zweiten Tag haben wir, sind wir morgens nach, äh, auf die Reeperbahn, St. Pauli und so. Gott, ich habe keine Ahnung, was ich sage, echt. Also, falls ihr es nicht verstanden habt, keine Sorge, ich auch nicht. Also, das, was ich jetzt gesagt habe. Und, ja, haben uns das nochmal angeschaut, sind da essen gegangen, McDonalds und so. Und, haben dann später nachmittags noch Verwandte getroffen, die dort oben im Norden Deutschlands leben. Also, um genau zu sein, die Cousine, meine Mutter und den Cousin, meine Mutter, die beide in Hamburg leben, beziehungsweise die Cousine arbeitet nur in Hamburg. Der Cousin arbeitet und lebt in Hamburg und arbeitet dort als Schauspieler, als Theaterschauspieler im Ohnsorgtheater. Das ist ein Theater, wo halt Stücke auf Niederdeutsch oder auf, auf, ja, wie soll man sagen, ja, das, das, dieses, dieses Deutsch da oben halt, äh, aufgeführt werden. Und das versteht man wirklich nicht, wenn man nicht von dort kommt. Das versteht man kein Deut. Also, wir haben uns jetzt keine Vorstellung angeschaut oder so. Aber wir haben ihn getroffen, er hat uns da sogar so eine kleine Rundführung in diesem Theater gegeben. Das ist echt schön, muss ich sagen. Und war ganz witzig. Und dann abends sind wir noch so ein bisschen lang gelaufen durch diese lange Reihe, heißt das, glaube ich. Das ist da auch so ein bisschen das schwulen Viertel in Hamburg. Äh, haben dort noch was getrunken, äh, in so einem Restaurant. Und das war durchaus nett. Was ich da vor allem faszinierend finde, dass dort auch so kleine Geschäftchen noch durchkommen, in dieser langen Reihe. Also, das kennen meine Heutzutage eigentlich gar nicht mehr, dass es sowas wie Änderungs-, gut Änderungsschneidereien gibt es öfters mal, weil das einfach, gerade bei, bei teuren Sachen wie Hochzeitskleine oder sowas, ähm, damit kann man Geld machen. Aber, da gab es auch so Sachen wie, ich weiß es nicht, Schuster. Gab es da ein Schuster? Keine Ahnung, einfach, einfach so kleine Sachen, so handwerkliche Berufe auch oft, die heutzutage einfach kaum noch eine Chance haben, durchzukommen. Und das gab es da echt viel, das war klasse. Am dritten Tag haben wir dann diese, diese Hafenrundfahrt auf dem Boot gemacht. Und, ja. Ich weiß nicht, ob ich gerade Schwachsinn erzählt habe. Ich glaube, das haben wir in anderen verschiedenen Tagen gemacht, aber, scheiß drauf. Das wird schon irgendwie stimmen. Irgendwie. Irgendwie. Ich glaube zwar nicht, dass es stimmt, aber scheiß drauf. Ich habe es euch jetzt erzählt. Was ich gemacht habe, in welcher Reihenfolge, ist ja im Endeffekt relativ irrelevant. Aber jetzt bin ich wieder da, kann hier Videos machen. Und, ja, zum Zeitpunkt des Uploads dieses Videos, habe ich vermutlich auch schon FIFA 13 Demo-Videos gebracht. Ups, das war ein Fehlpass. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir den 10. Und, das heißt, morgen kommt die Demo raus. Das Problem ist, morgen habe ich Mittagsschule. Leider. Ja, das neue Schuljahr hat auch in Baden-Württemberg endlich mal begonnen. Endlich. Oh, schade an die Latte von Neymar da. Puh, das wäre es gewesen. Das 2 zu 0, das wäre wichtig gewesen auch. Und, ja, habe jetzt auch den Stundenplan bekommen, KS1 und so, oh yeah, baby, yes. Also, damit meine ich eigentlich nein, baby, nein. Und, da habe ich morgen Mittagsschule, nicht ganz so lang zum Glück, um 5, äh, Quatsch, 5. Um Viertel nach 3 habe ich aus. Also, denke ich mal, werde ich da auch an, am Erscheinungstag der Demo hier noch ein Video rausbringen können, hoffentlich. Das wird sich zeigen. Im Normalfall sollte es irgendwie klappen. Wenn nicht, dann seien wir bitte nicht sauer, denn es kommt spätestens am Tag darauf. Ja, ich freue mich ja schon sehr auf die Demo. Es war ja auch dieses EA-Community-Event vor, nicht allzu lange Zeit, wo einige große YouTuber, um genau zu sein, WePeeler, ähm, PhilPotto, AirJabes, CalFreezy, KSI natürlich, Nepenthes, äh, DiabloX9, ein französischer YouTuber, der noch mehr Abonnenten hat als KSI, überraschenderweise. Der hat, glaube ich, 600, sonst was, 1000, das ist unglaublich. Also, sehr erfolgreich auch der Typ. Gut, habe ich da vorne noch nie gehört, aber ich spreche auch kein fließendes Französisch, obwohl ich es in der Schule hatte. Ähm, ja. Und da gab es ja dann auch einige Videos, oh, schade! Eben über FIFA 13, mit auch diese First-Touch-Control, die ja sehr schön aussah eigentlich. Und was auch gesagt wurde von den meisten, dass es extrem wichtig werden wird, zumindest in Head-to-Head, dass man einfach viel passt. Dass einfach das Passspiel und dieses, ja, Passen eines der wichtigsten Elemente sein wird. Und gerade auch Geschwindigkeit, zum Beispiel bei Innenverteidigern, nicht mehr ganz so wichtig ist. Also, dass man, dass die das durch gutes Stellungsspiel und der weiteren Wett machen. Und somit einfach, dass die Geschwindigkeit der Verteidiger, Innenverteidiger vor allem, nicht mehr ganz so wichtig ist, wie bisher. Also, das ist ein Marvel-Win da, nicht unbedingt. Yes! 2 zu 0! Lucio! 64. Mmh. Sehr gut! 2 zu 0 für Brasilien. Ich mag das brasilianische Team hier echt. Man hat zwei kopfballstarke Innenverteidiger, man hat schnelle Außen, schnellen Sturm, schnelles Mittelfeld und, und, und. Ein paar Skille noch dabei, obwohl ich nicht skillen kann, aber das ist doch völlig egal, solange man es gerne tut. Oh Gott, Messi, nein, du kannst das nicht. Natürlich kann er das. Verdammt. Egal, ich führe trotzdem noch. Und, ja, die Videos, die ich da gesehen habe bisher, ähm, falls ihr die noch nicht gesehen habt, geht einfach auf die eben angesprochenen Kanäle. Oder schaut auf den Twitter von EA Sports FIFA. Dort haben die, glaube ich, auch einige von den Videos gepostet. Das ist einfach die breite, äh, Zuschauerschaft von FIFA, die jetzt nicht unbedingt so YouTube involviert ist und auch gerade YouTube FIFA involviert ist, äh, das zu sehen bekommt. Und, und es sah eigentlich echt nice aus, also. Gerade in Head-to-Head war es ja bisher so, dass ich, wenn ich jetzt hier schieße aus der Distanz, das kaum eine Wirkung hat. Also, wenn ich jetzt hier Elias nehme und schieße, dann geht der Ball entweder extrem schwach aufs Tor oder weit, weit, weit vorbei. Das wurde verbessert. Also, Fernschüsse können durchaus mal was ausrichten, ein bisschen zumindest. Und haben einen gewissen Effekt mittlerweile, das finde ich gut. Denn gerade ist auch eine der Sachen, warum ich Head-to-Head jetzt nicht unbedingt so mochte in FIFA 11, FIFA 12 natürlich. Einfach, weil die Fernschüsse so herrlich uneffektiv waren und auch allgemein das Spiel extrem, wie auch schon in anderen Folgen erwähnt, langsam war. Ähm, ja. Also, das sieht auf jeden Fall schon mal deutlich besser, auch First Touch Control, äh, First Touch Control sieht auch sehr nice aus. Man muss halt darauf achten, dass man den Sprint-Button nicht durchhält, weil sonst könnte das problematisch werden. Die Flanke und Robinho, schade. Denn sonst ist die First Touch ziemlich schlecht. Das heißt, der Ball springt sonst wohin, was man natürlich nicht unbedingt möchte als Spieler, logischerweise. Macht Sinn, oder? Ja, macht Sinn. Ähm, ja. Aber das sieht durchaus sehr gut aus. Was ein bisschen schade ist, das hat auch, wer hat denn das gesagt? War das RJs, war das Nepenthes, keine Ahnung. Jedenfalls, dass im brasilianischen Nationalteam nur noch zwei Five-Star-Skiller sind. Zwar auch einige Four-Star-Skiller, aber gerade zum Beispiel Pato wurde downgegradet auf Four-Star-Skills. Und, und, und. Also, da sind nicht mehr ganz so viele Five-Star-Skiller. Nur noch Ganso und Neymar natürlich. Also die zwei Spieler vom FC Santos sind die einzigen, die Five-Star-Skills haben in der brasilianischen Nationalmannschaft in FIFA 13. Das ist ein bisschen schade, denn die brasilianische Mannschaft war ja bisher immer so ein bisschen die, das Skill-Team. Wird es jetzt nicht mehr in diesem Ausmaße sein. Aber dennoch natürlich ein starkes Team mit schnellen Spielern. Und Neymar soll ja anscheinend auch absolut genial sein im Spiel. So, wir neigen uns dem Ende hierzu. Rubinho. Ja, Ramirez. Komm, Lukas! Die waren nicht schlecht. Schade. Ich glaube, ich schaue mal, was ich so auswechseln kann, denn Neymar hat ja auch, soweit ich weiß, eine relativ niedrige Chemie. Und das heißt nicht Chemie, sondern Fitness, Luba. Das heißt Fitness, du spaßt. Ähm, Hulk. Ja, dann machen wir das so, dass wir die zwei hier tauschen, auf den rechten Flügel Hulk bringen. Der ist schnell, der kann gut spielen. Und David Luiz in die Innenverteidigung für Lucio. Weil David Luiz einfach absolut overpowered, absolut OP ist, Alter. Und das sollte nicht schaden. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen nicht Flügel wechseln. Das wollte ich eigentlich gerade nicht machen. Ich wollte defensiv gehen. Und das war abseits. Somit können wir jetzt nämlich wechseln. Ich weiß nicht, ob er auch was wechselt. Ja, er wechselt was. Was wechselt er? Er bringt David Villa für Chesk Fabrikas. Also da einen schnellen Spiele mit klassischen Schuss und genialen Freistößen. Nochmal für die Offensive, logischerweise. Ähm. Flügel wechseln machen wir wieder rückgängig. Das will ich jetzt nicht unbedingt. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich hier nichts kassiere mehr. Ja, schwach geklärt, aber zum Glück weiter geklärt. Gehen Ball habe ich noch. Und der war verloren, aber das war ein schöner Pass. Aber Piqué passt da leider auf. Kann auch hier sein gutes Stellungsspiel, äh, ja, beweisen. So, jetzt hake ich. Ich habe, glaube ich, doch einen Spielerwechsel gemacht. Flügelwechsel meine ich. Ein flacher Ball rein und den hat Waldes leider sicher. So, 89. 90. Minute jetzt. Jetzt muss ich das nur noch über die Zeit hier bringen. Dann steht es 7 zu 1 für mich. Das ist eine klasse Zahl, eine klasse, äh, Statistik. Und Robinho ist da nicht schnell genug für Mascherano. Ha, schade. Da fange ich wieder mit den Skills an, die ich nicht kann. Und da ist es vorbei. 2 zu 1 gewinne ich. 7 zu 1 für Luba. Aber 7 Luba, 1 Abonnenten. Ich kann kein Rückspiel machen. Einfach aus dem Grund, weil es den anderen gegenüber unfair wäre, gegen die ich noch nicht gespielt habe. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal für die, die jetzt unter euch zuschauen und schon, also gegen mich spielen wollen, mich in der Liste haben und so weiter, aber noch nicht gegen mich spielen konnten, weil ich einfach nicht online war, möchte ich mir entschulden, aber die letzten Tage waren einfach ein bisschen stressig. Gerade aufgrund des Schulbeginns, wo ich auch noch einiges machen musste. Heute zum Beispiel, also die letzten, die letzte Woche war ich in Hamburg. Am Wochenende dann habe ich nicht viel zu tun gehabt. Da hätte ich was machen können, aber da war ich einfach ein bisschen öh. Und zwar sowieso keiner von den Leuten online. Und heute dann, heute ist Montag, war ich in der Schule, bin heimgekommen, habe eine Road to Glory editiert, bearbeitet, habe dann, oder bin dann zu Ikea gegangen, was von hier eine Faststunde Fahrt ist, weil ich einen Schreibtisch brauchte. Ich hatte die letzten zwei Jahre keinen Schreibtisch. War ein bisschen ungünstig. Für die KS sollte ich einen Schreibtisch haben, da ich mich einfach anstrengen muss. Denn so ein Abi mit 3 oder so ist einfach scheiße. Und ich bin einfach gerade zur Zeit nicht so berauschen. Ich hatte im letzten Schuljahr, äh, in der zehnten Notenschnitt von 3,01. Äh, das hat durchaus Verbesserungspotenzial natürlich. Und das werde ich auch versuchen zu machen. Aber das ist ein anderes Thema. 7 zu 1, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs alles Mögliche. Das war's von Episode 8, logischerweise, wenn ich 7 zu 1 führe. Ich hoffe, es war 7 zu 1. Ich hoffe, ich liege da jetzt nicht falsch, das wäre peinlich. Äh, ja, aber müsste schon stimmen. Von daher, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ja, euer Luba. Hahaha. Untertitelung des ZDF, 2020